Es ist aber nett, dass du bei mir bleibst hier. Aber ich will auch mal sagen, da ist der empfindlich. Naja, das fress ich alleine weiter hier. Mensch, kann man den doch nicht mal in Ruhe fressen. Das fliegt ja auch noch über meinen Kopf. Junge, Junge, ist das ein Lärm. Krasch, ne Erdnusslose machen und abhauen. Wiedersehen, Freunde. Kumpel, guck da mal, die Hummel, die saugt ja richtig alles raus. Der scheint es voll zu schmecken, wa? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020